Hey Leute, ich bin's Dori von BricoFloa. Wir sind einer der größten Onlinehändler für Wand und Bodenbelege und heute möchte ich euch einmal unsere neuen Amolok Fliesen vorstellen und euch mal zeigen, was die so können. Unsere Fliesen sind sehr feuchtigkeitsbeständig und darüber hinaus auch sehr hitzebeständig. Demnach werde ich euch jetzt mal zeigen, wo man die denn so einsetzen kann. Das Anwendungsspektrum unserer Fliesen ist sehr groß, denn ihr könnt die verlegen zum Beispiel im Keller, in der Garage, auf dem Balkon, in einer Sauna. Zum Beispiel, wenn ihr einen Pool habt, dann auch neben dem Pool und vielleicht sogar in ein Partyzelt. Das Schöne an den Fliesen ist, ihr müsst kein Mann oder keine Frau vom Fach sein. Auch als Laie sind die sehr einfach zu verlegen und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Kommen wir nun zu den Vorteilen unserer Fliesen. Diese Fliesen halten tatsächlich 110 Tonnen pro Quadratmeter aus. Demnach könnt ihr euch auch vorstellen, wie verschleißfest die sind. Darüber hinaus sind die Fliesen sehr UV-beständig. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier zwei verschiedene Farben der Fliesen in der Hand. Die kann man tatsächlich kombinieren. Weitere Farben haben wir auch in unserem Online-Shop, denn ihr könnt daraus Schachbrettmuster machen, ihr könnt Wege auf den Boden einzeichnen oder verschiedenste Muster, auf die ihr Lust habt, kreieren. Hier neben mir könnt ihr auch verschiedene Dekore sehen und hier in der Mitte zum Beispiel unser Dekor mit der Holzoptik. Bei der Säuberung der Fliesen müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Das ist super easy. Ihr könnt die einfach nass abwischen, draußen zum Beispiel auch mit eurem Gartenschlauch abbrausen. Wir möchten natürlich auch immer auf unsere Umwelt achten und der Umweltaspekt ist uns sehr wichtig. Daher sind die Fliesen aus 100% recycelbaren Polypropylen. Das war noch nicht alles, denn unsere Fliesen sind auch sehr ergonomisch. Falls ihr nun Interesse an den Amolok-Fließen bekommen habt, dann guckt doch gerne einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Gerne könnt ihr uns auch auf Instagram folgen und hier natürlich auf YouTube. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch die Glocke und schreibt uns auch gerne Fragen in die Kommentare. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!